Willkommen zurück zur neuen Ausgabe von This War of Mine für und mit Remastered und jetzt schauen wir uns also an wo wir diese Nacht hingehen. Erstmal wichtig, Jan muss ins Bett, er ist krank. Philipp ist immer noch sehr hungrig, der darf Wache halten, dann hält die nämlich seinen Magen wach. Alex schicken wir auf Jagd und Jakob geht pennen. So, wo gehen wir hin? Wir brauchen also Holz, wir brauchen diese Parts und wir brauchen, wenn es geht, noch was zu essen. Also gleich drei Wünsche auf einmal. Wo könnte es das geben? Construction Site ist gefährlich, die School ist eigentlich relativ sicher. Im Hospital, da gibt es auch viel Medikamente. Dann gehen wir doch mal ins Krankenhaus und schauen mal, was sich da so machen lässt. Nehmen wir den Lockpick mit. Oder gehen wir nicht ins Krankenhaus und gehen doch noch mal hier hin. Da gäbe es noch Materials und kein Food. Dann gehen wir ins Hospital, klauen uns was zu essen und klauen uns auch die... Ja, machen wir so. Ähm... Da gibt es auf jeden Fall Schränke, die man knacken kann, meine ich. Und ja, damit... Das muss reichen. Dann schauen wir mal, was uns im Krankenhaus so alles erwartet. Alex sagt schon, sie sagen, es wird immer noch betrieben. Vielleicht ist das nur ein Gerücht, aber da läuft jemand rum. Ich denke, es wird noch betrieben. Schauen wir erst einmal nach. Ja, da sehen wir schon mal ein Schränkchen. Da ist ein Wachmann. Und hier sehen wir jetzt eine Art Krankenschwester. Wenn wir da hingehen und auf diesen Koffer klicken, dann versorgen die einen. Das ist also schon mal ganz cool. Und bei dem Typen hier können wir, wenn wir wollen, Medikamente spenden. Und im Gegenzug und auch eben uns was zurückholen. Ähm... Aber eigentlich brauche ich hiervon gar nichts. Also die Crowbar ist zwar reizvoll, aber ich brauche es eigentlich nicht. Jetzt gehen wir hier einmal rein, schließen diese Tür und warten jetzt eigentlich nur ab, bis der Typ sich umdreht. Jetzt können wir nämlich hier aufmachen. Oder sieht ihr uns? Mal gucken. Hm. Warum stehst du denn jetzt? Bleib doch einfach sitzen, Mann. Ja gut, dann schauen wir erst mal so weiter. Gehen wir erst mal hier rein. Hoffen wir, dass die Tür jetzt nicht aufgeht und klauen wir hier mal hier ein bisschen was. Bandagen super wichtig. Was zu essen, auch geil. Toll. Eine gute Ausbeute. Auch wenn es mir leid tut für das Krankenhaus, aber ich brauche auch Hilfe. Na gut, da traue ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so sehr ran. Dann gehen wir erst mal ein Stockwerk höher. Können wir ruhig mal rennen. Geh noch ein Stockwerk nach oben. Wir erinnern uns, ich brauche ja einfach Parts. Also ich brauche Holz, ist wichtig. Ich brauche vor allem auch diese Parts. Don't do anything stupid. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der steht am Fenster. Der steht da hinten rennt nur so rum. Das ist ja eh nichts, was ich klauen kann. Das heißt, hier kann ich also was nehmen. Wir nehmen erst mal alles mit. Und lassen gleich irgendwo was zurück. Hier könnte ich jetzt was klauen. Ist nur die Frage, ob die mich jetzt sehen würde. Komm schon, geh weg. Warum gehst du denn nicht? Ne, die wollen nicht. An den Schrank kann ich natürlich auch ran, aber erst wenn der Typ hier wegrennt. Das heißt, im Moment kann ich es hier vergessen, was zu machen. Bei dem Typen kann ich auch was klauen. Der muss dann aber sich auch dementsprechend hinstellen. Mal gucken, ob der mich dabei erwischen würde. Ich glaube, einmal habe ich auch einen Freiversuch. Also ich glaube nicht, dass der mich sofort umbringen würde. Oh Gott, er sieht, dass ich was klauen möchte. Nein, nein, nein. Es war ein Versehen. Nein, nein. Ich wollte nichts klauen. Tut mir leid. Was macht der Typ? Kommt der hier rein? Der sucht einfach nur was. Hier liegen Patienten. Das heißt, hier kann ich ziemlich sicher rangehen. Und mir diese Parts hier klauen. Traumhaft. Genau die habe ich gebraucht. Was haben wir hier? Holz. Auch gut. Und hier auch Holz. Naja, das ist nicht ganz so aufregend. Dann schauen wir mal hier noch ein bisschen nach. Vielleicht finde ich ja noch mal ein paar von diesen Parts. Aber im Moment gibt es hier nur Holz und sowas. Also Holz brauche ich natürlich auch, aber ich hätte gerne echt mehr Parts. Die sind einfach so wichtig und so selten. Da hinten kann ich was stehen, aber da kann ich jetzt gerade nicht ran, solange die Krankenschwester da ist. Die versorgt jetzt halt den Patienten, aber die Patienten bemerken natürlich nicht, wenn ich was klaue. Ah, jetzt verlässt sie es. Gut. Das ist also meine Chance, da jetzt eben reinzugehen. Tür zu. Und jetzt ganz schnell hier rüber. Wenn sie hier schlafen. Oh, geil. Essen und Tabletten. Super. Das ist ein Jackpot gewesen. Ja, ähm. Ist das, was ich jetzt hier mache gerade cool? Eigentlich nicht, natürlich, aber ähm. Ich brauche es einfach. Ganz im Ernst, ich brauche es. Und ich bin mir selbst gerade wirklich am nächsten. Ich könnte jetzt natürlich diese Sache, die ich geklaut habe, mit dem Typen da verhandeln gehen. Also ihm quasi geben. Aber ähm. Das nützt mir einfach nichts. Schön, dass der Patient mit der blutenden Kopfwunde mal eben das Fenster zu macht. Ist auf jeden Fall wichtig. Are you a patient? Ne. Aber wie wäre es, wenn du dich einfach ins Bett legst? Dann kann ich hier nämlich gucken, was ich hier klauen kann. Gut, sie gehen. Ich kann also hier mal kurz schauen, was es da noch so gibt. Oh, Wahnsinn. Ist das gut. Oh, ich glaube es nicht. Äh, dann gebe ich die Komponents lieber ab und nehme die Parts nochmal mit hier. So. Dann rennen wir jetzt nochmal nach ganz unten. Da ist nämlich dieser Militär-Heino. Äh, aber. Vor dem muss man nicht so viel Angst haben, weil der sich auch in der Regel relativ blut anstellt. Jetzt habe ich hier noch gar nicht richtig was gelockpickt, ne. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Platz verschwendet, weil ich noch die beiden Lockpicks habe. Wäre natürlich geil, wenn ich die jetzt einsetzen könnte. Einer ist halt hier. Aber solange der Typ da rumhockt, kann ich halt nichts machen. Der setze ich jetzt hin. Jetzt geht sie hier lang. Das heißt, ich kann sie mal kurz hier hinten gucken, ob es da was zu holen gäbe. Ne, gar nichts. Mal gucken, was sie macht. Geht sie jetzt mit dem Schränkchen. Der Typ müsste auch gleich sagen, dass er ein bisschen frische Luft... Ach, scheiße, ich muss nach Hause. Fuck, die Zeit läuft mir davon. Mist, Mist, Mist. Ja gut, dann... Dann kann ich jetzt nichts machen. Dann renne ich jetzt lieber zum Ausgang und, äh... Hole mir dann... Wo rennt der denn hin? Gibt es hier einen anderen Ausgang, den ich verpasst habe? Was macht der Typ denn? Scheiße, ich komme nicht rechtzeitig zurück. Ich kotze. Oh, Mist, 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 Mist. Komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, 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 lauf. Ja, 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 ja. Nein! Fuck, das heißt, Alex ist nicht sofort zurück. Ich kotze, ist das blöd. Das wäre jetzt eher uncool. So knapp. 13, ja, Unglückszahl. Oh, ich hoffe, Alex kommt schnell zurück. Da spinns an Problems. Da waren keine Probleme. Ich habe einfach nur die Zeit nicht beachtet. Gott, wie ärgerlich. Jetzt sind nämlich diese ganzen Teile auch nicht da. Jetzt kann ich jetzt auch noch nichts bauen oder so. Ich kann nur warten. Dann lassen wir Alex, äh, Philipp erst mal schlafen. Und Jakob und Jan können erst mal ein bisschen hier die Stellung halten und nichts machen. Toll. Ah, doch, sie können wenigstens das Essen einmal hier rausholen. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben auch frisches Wasser. Ist auch ganz toll. Also ich kann zumindest was kochen. Aber erst mal holen wir das Essen. Setzen die Falle auch direkt wieder ein. Wir können aber jetzt nur Raw Food einsetzen, weil wir nichts anderes haben. Aber egal. Eins einsetzen, dafür zwei gewinnen. Ist erstmal ein Plusgeschäft. Gut, es kostet Zeit, aber nichtsdestotrotz. Ähm. Tja. Was verbrennen wir? Nein. Ich warte jetzt, bis Alex da ist. Dann können wir den Ofen ausbauen. Bevor ich jetzt hier anfange, was zu verbrennen. Lass sich die Leute lieber noch ein bisschen hungern. Und er müsste ja eigentlich gleich kommen. Ja, was können wir in der Zwischenzeit machen? Ach, da ist er. Alex got slightly wounded. Ach. Ärgerlich. Ist das ärgerlich, weil ich die Zeit nicht beachtet habe. Ist Alex verletzt. Das heißt, ähm. Ich kann jetzt erstmal... Jetzt komm, beeil dich doch mal. Ich kann jetzt erstmal, äh, eins der Verbänder, äh, verschwenden lassen. Toll. Ich hab drei Bandages. Das ist so geil. Und man muss jetzt einen hier verschwenden. Aber wenn ich das halt nicht mache, dann, ähm, dann läuft der Gefahr, äh, läuft die Wundegefahr, halt schlimmer zu werden. Und am Ende könnte er wegen so einer blöden, so einem blöden Kram sterben. Das ist mir einfach zu blöd. So, jetzt wird er erstmal sich erholen gehen. Und Jan baut jetzt den Ofen einmal aus. Ist das nicht toll? Und dann sparen wir ganz viel Brennholz. Also wir sind, denke ich, so langsam aber sicher gut gerüstet für den, für den kommenden Winter und auch für sonstige Ereignisse. Wir hören nochmal in Zwischenzeit ein wenig Radio. Da ist nichts Neues auf dem Sender. Auch nichts Neues. Und auch nichts Neues. Also nichts Neues hat sich ergeben. Das heißt, wir können, äh, ein bisschen Musik anmachen. Ein bisschen klassische Musik. Ist das nicht schön? Fast nur romantisch. So. Jan hat sich, hat den Ofen zusammengebaut. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Fuel pro Ladung. Ist das nicht toll? Ein wahrer Traum. Mal gucken, was uns fehlt für die zweite Falle. Also ein Part fehlt uns noch und vier Hölzer. Okay, das lässt sich doch machen. Super. Wenn der Franco das nächste Mal kommt, können wir auf jeden Fall den Kram kaufen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall ein paar Components verbrennen. Äh, also von denen hier. Und daraus zwei Brennhölzer machen und aus denen kann ich dann zwei Mahlzeiten wiederum herstellen. Sehr, 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 sehr gut. Mal gucken, kann ich, äh, ne, ich hab ja keine Broken Wrappin Parts gefunden. Ich will unbedingt diese Hatchet irgendwie ausbauen. Die brauch ich. So, was machen wir? Machen wir... Ach, für die beiden brauche ich auch nur einen. Das ist ja supergeil. Toll, dann machen wir das doch. Machen wir jetzt erstmal was richtig Schönes zu essen hier. Phil ist auch schon wieder aufgewacht. Phil ist very hungry. Jan ist nur hungry. Jakob ist auch nur hungry. Und Alex ist auch nur hungry. Ja gut, dann lassen wir sie aber erst nochmal einen Tag hungern. Jetzt sind alle erstmal nur hungry. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, ich glaube, sehr viel mehr wird an diesem Tag auch nicht passieren. Das heißt, wir können in dieser Folge vielleicht noch einmal schnell die Nacht betreten. So. Und wir gehen jetzt wieder ins Hospital und werden da noch mehr stehlen. Alex bleibt auf jeden Fall aber schlafen. Jan schicken wir los. Jakob ist wache und Philipp schläft. Das klingt doch fair. Wir nehmen die Lockpicks auch wieder mit für den Fall der Fälle. Und dann schauen wir mal, was wir in dieser Nacht uns noch holen können. Also erstmal können wir hier vorne einmal gucken. Das ist ja nicht verboten. Ach, was zu essen. Toll. Aber mir wäre es jetzt natürlich am liebsten, wenn ich Mechanical Parts auch wieder finden würde. Rot brauche ich auch. Wenn man alles im russischen Akzent liest, ist es automatisch lustiger. Wie man jetzt schon wieder feststellen konnte. So, jetzt ist der Typ, geht jetzt hier weg. Das heißt, das ist meine Chance, an diesen Schrank hier ranzugehen. Wir gucken uns nochmal um. Keiner in der Nähe. Dann gucken wir noch direkt mal, was sich darin verbirgt. Boost, toll. Ja gut, das ist ein gutes Handelselement, aber so viel hat es mir bislang ja auch noch nicht gebracht. Ach, Materials, ich raste aus. Super, toll. Und das hier klauen wir auch noch. Was haben wir da? Eine Bandage und mit... Aha. Dann lassen wir die Komponents einfach hier. So wichtig sind es mir jetzt nicht in dieser Nacht. Und Bandages kann man einfach immer gebrauchen. Ist so. Hashtag ist so. Schauen wir uns nochmal hier rein. Niemand in der Nähe, außer der bewusstlose Patient. Super, 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 super. Ah, Raw Food. Ey, scheiße, was lassen wir zurück? Lassen wir diese Zutaten erst nochmal zurück. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist ja ein reines Paradies hier. Hier auch nochmal schnell gucken. Oh Gott, noch mehr zu essen. Oh, Mist, 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 Mist. Das wäre wunderbar, weil ich den Lockpick einfach verbrauchen könnte. Dazu muss ich nochmal nach oben, ne? Dann rennen wir noch ganz schnell nach oben. Aber ganz schnell. Oder war es nicht so, dass ich es hier oben in den Schrank gab? Ja, gab es auch. Oh Gott, und hier oben ist alles frei. Das ist meine Chance. Was für ein Glück. Das macht einiges an Leer. Also nicht so viel, aber einiges. Muss man also aufpassen. Schnell, 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 schnell. Ach, toll. Pistol und, und, äh, ich raste aus. Das ist nicht so toll. Oh Mann, ist das eine, eine Luxussituation hier. Ich brauche aber das Wood. Vielleicht kommt morgen aber Franco. Ach, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Machen wir so. Okay. Und, äh, das kennt Food. Holme ich mir nächstes Mal. Ist egal. Ich meine, die Sachen laufen jetzt nicht weg. Die sind ja immer noch da. Und dann renne ich jetzt ganz schnell zurück nach Hause. Mit, ach, guck mal was er jetzt sagt. Wir brauchen mehr Supplies. Weil irgendein Bastard sie beraubt hat. Ja. Tut mir leid. Kann ich nichts machen. Ich brauche das leider auch. So, damit sind wir zurück, äh, zu Hause. Und, ähm, an dieser Stelle beende ich jetzt auch diese Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Ähm, Tag 14. Und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch, äh, wir wurden ausgeraubt. Mal wieder. Aber wir konnten es zurückschlagen. Toll. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zugucken. Und bleibt uns gewogen. Bis dahin wünsche ich euch wirklich discriminate. Vielen Dank.